Aufnahme läuft und damit herzlich willkommen zu einer weiten Runde TTT und wieder dabei sind der Gary Gravi, Kampfkartoffel, Mono, Zero und ich, der Soup, hallo. Natürlich. Also alle außer Team Readsmeat. Wie immer. Aber der Soup? Ja, und Darluk hat es heute auch nicht dabei. Aber Gronkh? Gronkh ist dabei, ja. Der hat richtig Bock. Das ist Hallöchen-Popöchen. Und der echte Gronkh, geil. Hallöchen-Popöchen. Neben mir hat gerade einer getrunken. Achso, wahrscheinlich. Äh, Vampir wahrscheinlich. Junkie. Nee, Junkie. Alter, ich komm, ich komm, die Treppen hoch so schnell. Ich bin Bounty Hunter. Gravi, wie lebt es damit? Ich bin Gämbler. Ich bin sehr hau. Gary hat die Gold. Ich bin verletzt. Äh, ja. Weil ich Bounty Hunter. Okay. Weil ich Bounty Hunter bin und innocent. Ich muss da immer an den Riegel denken. Bounty Hunter. Ich bin Bounty Hunter. Ich bin Bounty Jäger. Weiß doch. Rennen Sie jeden Laden. Kaufst du alle. Ich will Bounties. Ich will Bounties. What? Wow. Ich höre Schlüsse im Haus. Oh. Ha, okay. Du, schnell, schnell. Das gibt es doch nicht, dass du direkt mich mit einem Schuss killst. Ich bin schon wieder an meinem eigenen Boom-Bally gestorben. Das ist jetzt das dritte Mal. Das kann nicht wahr sein, ey. Ich wurde super schon wieder permanent Traitor. Ich verstehe nicht, wie man den aktiviert. Wenn ich rechtsklick mache, passiert nichts. Wenn ich linksklick mache, aktiviere ich ihn beim Werfen und bin tot. Okay. Ich bin gerade durch die Welt getötet worden. Weil ich in den Traitor-Dingens da reingegangen bin. Ja, genau. Da darf man nicht machen. Das hätte ich vielleicht dazu sagen. Warum? Sehr gut zu wissen. Warum sagst du? Der ist wie die Traitor. Ja. Der darfst du nicht. Ich bin übrigens in Lava gestorben und direkt drin gespawnt. Deswegen ist gleich ohne Wasser. Das ist sehr traurig. Traurig jetzt vor euch hoffentlich. Ja, aber wir sind ja noch in der Preparing-Runde. Frisch. So, ich bin schon wieder in der Lava, aber nicht gestorben diesmal. Hey, ich bin die Töckte von Hacker. So, ich möchte hier. Ich sterbe hier. Ich bin zu blöd, ich hab hier hochzulaufen. Oh Gott, ich glaube, das wird mich töten. Ich glaube, das wird mich töten. Nein! Oh nein, ich sterbe. Ich sterbe. Was machst du denn? Wir sind die Lava geplums. Kampfkartoffeln. 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 Krüßt weiter. Okay. Ich hab... Ah! Krüßt. Oh, Scheiße. Was tut ihr? Was tut ihr? Alter. Was tut ihr ab, Alter? Was hat der? Was tut ihr? Was tut ihr? Warum schießt ihr euch gegenseitig ab? Wie dumm ist das eigentlich? Warum habt ihr euch gegenseitig getötet, Leute? Hallo. Hallo. Hey. Was denn? Ist er mal noch drin? Oh. Bist du das? Das war ich mit meiner Pistole. Ich hab hier gegen den Steinblatt geschossen. Alter. Oh, fuck. Alter. Alter. Ich bin jetzt in der Runde zweimal in Lava gestorben. Einmal hab ich mich mit dem Boombody selber erledigt. Ich spiel überhaupt nicht mit dir. Aber auch richtig, richtig, äh, was tut ihr? Warum schießt ihr euch denn selber ab? Wie blöd seid ihr? Wie blöd seid ihr denn jetzt? Ich bin mir nicht sicher, ob das Öl in keiner geglaubt hat. Es war auch nicht darauf ausgelegt, dass es jemand glaubt. Habt ihr das Spiel überhaupt verstanden? Was macht ihr da? Seid ihr verwirrt? Ob ihr zeitlich verhindert seid, hab ich euch gefragt. Hallo, Sub. Seid ihr Tablet oder was? Geraldo. Hallo, Sub, 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 Sub. Ich bin Sera. Sub, 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 Sub. Ich bin Stuntman. Ich fühle mich jetzt ziemlich unwohl hier. Ich bin Athlet und, äh, ich gehe jetzt mal. Da sieht man, dass du Athlet bist. Schön, er hat mal runtergefallen. Der Körper sieht anders aus. Hallo. Ich hab's gesagt, dein Körper sieht anders aus. Oh, ich verwechsel mich nicht. Hallo, Gavi. Echt? Ja, aber ich denke immer, ja, Ketten-Iglu ist Sub. Willst du das irgendwie begründen? Kann man jetzt nicht behaupten, wie das ist. Ey, ich glaube, ich stehe hier die ganze Zeit bei mir. Ja, hier, moin. Na? Komm mal auf. Moin. Na? Euer Moin. Hallo. Sub ist es. Ja, Rage. Wiedergekommen, oder was? Ja, natürlich. Komm wieder. Komm gleich von zwei Leuten aus. Es ist sicher. Es ist sicher. Es ist sicher, Sub? Ja. Okay. Signierung. Nur ein Traitor würde Nein sagen. So, so. Ja. Au, 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 au. Auch nicht, weil ich mich selber auch noch getroffen habe. Tschüss. Wo ist der Traitor? Du hast dich selber getroffen. Der ist, der ist, der ist im Leuchtturm. Ach so. Ich hab ein Gleis für Pässe. Hey, oh, bitte. Lass mal, lass mal kurz. Lass mal kurz. Einfach nee. Nee. Was ist das? Nee. Ich bin so ein Noob, ey. Also, Sub ist tot. Okay. Man ist einmal. Ich weiß nicht, ob der nochmal sterben will. Das richtig. Wer weiß, vielleicht kommt er ja nochmal wieder. Ja, eben. Nee, nee, nee. Ich hab einen großen langen Knüppel wie ihn dann. Falls. Er wieder kommt. Können wir zusammen Saft machen. Natürlich. Ein illozenten Saft. Ist der das hier bei mir? Ich bin tot. Ja. Mono, Mono, Mono. Ah, du bist gar nicht. Ich dachte, du bist da. Au. Nein, 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 nein. Mist. Das war's mit dem großen langen Knüppel. Was macht ihr beiden da? Da ist er gefällt. Oh, sorry. Wieso leben die noch so viele? Was ist los? Ich bin nicht froh. Da ist Mono. Mono ist Traitor. Habt ihr gesagt? Nein, ich bin kein Traitor. Du bist kein Traitor? Er hat doch nicht erschossen. Ja, aber das hat mir auch leid getan. Da hat man gemerkt, ja. Mono ist hinter mir. Ich kann nicht, wieso du die ganze Zeit hinter mir herläufst. Mono ist gerade im Nether verschwunden. Und da oben ist Zug. Ja, wo ist er? Nein, Zero. Ah! Hallo. Hallo. Okay. Zero schießt. Ja. Jawoll. Zero schießt. Okay, du hast ihn gemacht, oder was? Ja, Zero sogar. Das ist noch Zug, oder wie? Ja, Zero sogar. Boah! Du Panner! Wo ist er? Man sieht nichts mehr dann, ne? Ahhhh! Alter! Oh, cool! Ich hab's nicht geschützt! Alter! Sehr stark! Ach Gott, bin ich schlecht. Was sind das für Runden, ey? Das ist echt der Bärmild. Oh Mann! Wo ist denn eigentlich die Golden Beam? In... In... Im Tradershop... Ganz unten, glaub ich. Ganz unten, glaub ich. Kann aber sein, dass deine Klasse... Deine Klassen-Items verhindern, dass du die kaufen kannst. Genau. Ja, ich war... Ich war Spartaner, also... Hätte nämlich... Blockieren sollen... Äh... Auf einer Insel gespawnt. Ja, ist auch. Befehl, das zu ändern, aber ich... Weiß sie leider nicht mehr. Wann meinst du das nicht? Ach, ärgerlich, wie ich hier spiele du, wie ein Eierkopf. Im Grunde genommen, wie... Wie... Ich traue jetzt... Spakal erschossen zu werden. Ja, eine Legende. Äh... Manchmal... Ja... Manchmal können Legenden auswirren. Richtig. Jo. Das heißt, du hast dich getötet, aber... Ich bin... Schon wieder Spartaner. Ich bin... Agent. Hallo, Zero. Ich bin Priester und Detective, das ist so schön. Ich bin hier gerade unten reingelaufen. Das heißt, ich kann heilen und bin da noch mal erfreuen. Hä? Äh... Hallo, Krabbi, ich geh wieder raus. Oh, hier will ich nicht rein. So. Jo, jetzt sind wir... Ah! Äh... Okay, alles gut. Okay, der Krabbi... Nee, okay. Ich kann nicht. Ah je... Ah... Oh! Oben ist der Krabbi. Oh! Wo? Hier wird geschossen? Hier wo wird geschossen? Ja. Aber es leben doch alle. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was machen die Minecarts hier? Na schön. Gestapelt. Okay, ist der Goldblock. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch einen Trailer-Tester aktivieren. Naja, warum nicht? Okay. Richtig. Ja, wenn du Bock hast, komm damit her. Dann geh ich da direkt rein eben. Wenn Sub stirbt, dann bin ich's gewesen. Aber ich bin innocent. Ich bin direkt proven und dann ist cool. Alles klar. Gut. Wo ist denn der? Ja. Boah! 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 Gabi, was hast du für eine Hand, Gabi? Ich seh keine Waffe bei dir. Eine Waffe? Was hattest du für eine Waffe die ganze Zeit, Gabi? Das war eine Diegel. Ich hab mich verletzt. Hat man nicht gesehen. Oh wow. Oh, warum liegt hier jemand? Wer ist das? Habe ich gar nichts gemacht. Ich hab mich verletzt. Okay, Kampfkartoffel ist tot. Kampfkartoffel war der Karl. Okay, ich schlag noch kurz was. Okay. Ist er von selber gestorben, oder? Okay, warum ist er tot? Der war hier unten. Keine Ahnung. Guck mal, wo du hier gestorben bist. Zero ist es. Wieso? Nein, nein, nein. Ich weiß schon. War vielleicht zu viele Fragen anstellt. Er stellt sehr viele Fragen. Okay. Mit einer M16. Und die Lava angemacht worden. Also keiner hatte gesagt, er wird von ihm angeschossen und keiner hat ihn irgendwie auch erschossen. Deswegen. Warum hast du Schaden? Weil ich gerade runtergefallen bin. Okay. Ich hab mich so erschrocken, als Zero sich umgedreht hat. Das ist so eine blöde Frage. Also wenn du jemanden erschossen hättest. Das war echt... Entschuldigung. Wenn du jemanden erschossen hättest und der hätte noch Zeit gehabt zurückzuschießen, hätte der auch irgendwas gesagt. Ja, hätte. Hätte. Aber... Ich glaube ich benutze gerade den DNA-Scanner, kann das sein? Ich weiß es nicht. Tötet mich mal ganz kurz nicht. Ich will mal ausprobieren, ob das funktioniert. Wer ist denn da? Ach Gerry. Hallo. Hallo Zero. Was ist jetzt bereit? Hi Gerry. Dir vertraue ich. Nicht so wieder runterfallen. Okay, ne. Keine Ahnung, was ich jetzt machen kann. Nicht, dass ich wieder runter plumpse oder so. Ja, ich hab's auch schon mal versucht. Ja. Also es lädt sich so ein Balken auch von der Prozent auf, aber ich habe jetzt nichts sehen können. Aber guck doch mal, womit er erschossen wurde. M16. 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 Okay. Wir benutzen sowas. M16. 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 Es kann auch ein Fake light sein. Ja? Ah, ne. Ich sehe da hinten den Täter. 2000 Meter von mir entfernt. Ich geh mal hin. Echt? Ja, warte. Das ist Gravi. Gravi ist es. Bitte? Okay. Ich schieße auf Gravi. Okay. Gravi? Gravi ist es. Find ich nicht gut. Find ich gut. Find ich gut. Ich nicht. Nein, 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 nein. Das schießt du auf mich. Das war Gerry. Sorry, Gerry. Die selben Anfangsbuchstaben. Ja, geil. Der Asken hat funktioniert. Alles gut. Nix passiert. Ah, verdammt. Hey. Gravi, du warst. Mist. Ich hab's dir vertraut, Gerry. Entschuldigung. Das ist klar. Ich hab D gedrückt. Ich musste es tun. Ich hatte eine DNA-Probe. Hab auf, keine Ahnung, Scannen gemacht. Und dann hat er mir angezeigt, wo derjenige ist denn. Und die Kartoffel, die stand einfach da irgendwo rum. Und ich dachte mir, die Chance musste nehmen. Ich stand nicht rum, ich hab grad meine Bär-Trap platziert. Du hast ihn gar nicht erschossen. Du hast ihn gar nicht erschossen? Nee. Ach so, ey? Also er hat mir nur die Richtung gezeigt. Und das war, also er hat mir quasi den Punkt gezeigt. Er hat mir einfach Gravi angezeigt. So einfach. Wer hat denn von euch jetzt den Jakal erschossen? Warst du das, Gerry? Na, Gerry hat mich erschossen. Ja. Dann stand wahrscheinlich Gerry direkt neben Gravi und deswegen... Äh, wir waren oben auf dem Turm. Gravi, der hat sich... Oh, ich bin der Troll. Okay? Ich bin Hacker. Ja, GG. Bin Gempler. Ja, GG. GG, Alter. Hier übrigens, Kampfkartoffel, wir können nachher mal eine Runde LOL spielen, wenn du Bock hast. Ja, sehr gerne. Aber ich bin wahrscheinlich erst wieder heute Nacht on. Dann können wir nicht spielen. Dann können wir es nicht. Nee, weil ich streame nachher mit Gravi. Ich weiß nicht, wie lange wir streamen. Aber das gehört jetzt auch nicht in die Folge, also. Ach, sorry. Ist doch egal. Richtig Werbung. Weißt du, TTT ist nicht dazu da rum. Hashtag Eigenwerbung. Hahaha. Hashtag Eigenwerbung, die stinkt. Zero, was hast du gemacht? Random Damage aktiviert einfach so als Gambler. Einfach so. Einfach so. Einfach so. Dafür wirst du schon. Einfach so. Bei McDonalds ist es einfach so. Mono? 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 Ja, hallo. Hallo, Mono? Ich muss pinkeln, ey. Hahaha. Warum hörst du was auf mich? Entschuldigung, ich muss pinkeln. Ja, und dann machst du es vorher ins Glas, oder was, anstatt es direkt in die Ecke zu stellen? Äh, ja. Mono? Ich teile halt Geri. Was machst du? Äh, ich, ich will hier nur rumgucken. Wehe, du machst das Glas weg. Oh, hey. Wird grad sagen, hört das nochmal wieder auf. Danke. Irgendeiner hat geschossen. Ja, ich hab die Schleimung eingeschossen. Wer schießt denn da? Wer schießt denn jetzt? Das war eine Schrottfreundschwutflinte. Das war ich. Ah. Wer schießt, fragt, ist Traitor. Ups. Oh. Oh, da ist ja noch einer. Ähm. Nein, nein, was ist hier los? Was geht hier ab? Ja, alter. Was ist kaputt hier? Also die Leute, die dort im Haus drin sind, sind Traitor, oder wie? Nee, ich hab dich jetzt grad... Warte mal, ich muss mal intensivizieren. Alle. Ja. I know. Ich trau mich nicht um, weil er sonst wieder reinkommt. Ach. Kerry, du Sauber. Ich mein, ist bei mir was. Tadaaa. Also ich kann mich hier gerade eigentlich völlig entspannt machen. Ich muss mir eine SMS lesen. Ich muss mir eine SMS lesen. Sorry. Ich kann mich halt echt hier einen entspannten machen. Mein Gott, ey. Oh. Na, was haben wir denn da? Oh. Oh. Ich hab was, ich den des? Oh. Oh. My China. Oh. Oh. Na, richtig Oh. Jetzt gibt's Haue. Jetzt gibt's Haue. Alter. Nein! Nein, ich komm raus! Fuck ey! Tschüss! Nein! Ah, ich wollt grad da rüberspringen! Dieser Kandarstand! Ist jemand dadurch gestorben, wie ich jetzt die Entschuldigung gemacht hab? In der Hütte? Äh, ja, Gary hat mich dann im Grunde genommen in den Tod getrieben und dann bin ich auf dem Steinkanter gefallen. Achso! Ich weiß nicht, warst du Traitor? Ne. Keine Ahnung, ich hab mich da unten einfach nur versteckt und dann kamen sie alle runter und es hat geschossen. Ja, und dann hat Gravi ihn auch noch erschossen. Und Lärm und ich dachte mir, okay, ich muss mich verteidigen. Ich kann nicht mehr. Typisch amerikanisch, ne? Eher schießen dann Fragen. Echt, ey, ja. Naja, wie machst du das denn? Ne, so, hey, war das der Kerl? Exakt, das ist die Vorgehensweise. Ja! And second! Crocker schafft dieses mese Stück Scheiße hier raus. Freerunner, geil! Ah, cool! Und das ist witzig, Kampfkartoffel found the body of Kampfkartoffel. Ja, ich dachte mir so, hä? Da hab ich eine Leiche erst mit Identifikation und dann seh ich so, oh, fuck. Äh, hab ich einen Fehler gemacht. Okay. Hey, ich bin Hunter. Ich hab ne Apone. Wie kann ich das Problem des Kleider mich machen? Hi, Zero. Hi, Zero. Hi, Zero. Ich weiß das wirklich nicht. Stimmt, ich kenn der. Uh! Uh! Geil. Gary, was tust du? Äh, gar nichts. Gary hat die Batra platziert. Okay. Warum? Erster Hunter. Achso. Ja. Ja, aber warum platziert die überhaupt? Ist er, ist er Trailer oder ist er Jakarta? Hey! Gravi ist es, Gravi ist es, Gravi ist es. Boah, Hilfe! Blue Screen Granate. Okay. Jemand schießt auf mich. Okay. Okay. Nein. Okay, irgendwann habe ich gestorben. Ja, und jetzt sind noch einer. So. Eine Bissrunde. Ja, unten wurde gerade... Kannst du einfach mal sterben? So, Mono ist tot. Was ist denn hier los? Genauso wie... Äh... Zug. Komm, die perfekte Leiter nicht hoch. Was ist das für eine Kalkwaffe? Mann, no! Ich muss erst mal nachladen auf den Schock hin. Boah, ich hasse die Waffe, ne? Ha, 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 ha. Rechts von mir habe ich, glaube ich, gerade einen fetten Abgang gemacht. So. Hey, Mono. Mono? Ja, wie bist du tot? Ah, Gravi lebt noch. Und Gravi ist, ähm... Jackal. Okay. So. Nein. Feierabend. So. Teddy, warum sagst du, hey, Mono, irgendwie bist du tot, nachdem du Zero mit der Harpune gekillt hast? So, die Saison gewonnen hat Mono mit 34 Punkten vor Kampfkartoffe mit 31 Punkten. Ach schade. Danke. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 So, ich muss jetzt erstmal...